Ja, da sind wir wieder! Willkommen auf dem Cloudplay-Kanal und zu Part 9 von Alone in the Dark. Ich bin der Game-Deman und hoffe, dass wir es heute durch das Labyrinth da unten schaffen und nicht vom Wurm gefressen werden. Es ist jetzt schon, na, 2 Uhr in der Nacht. Gute Zeit zum Alone in the Dark spielen, glaube ich. Ja, eigentlich nicht. Ja, dann auf runter und schauen wir mal. So. So, wir müssen erst mal unsere Rennkünste auspacken. Naja, gerade so. So, machen wir eins. Das, ich speichere mal vom Verletzten, Mama. Gratsch. Achso, warte mal. Das quer, wenn wir noch in der Hand nehmen. Weil hier war ein Monster. Ach, der ist immer noch da. Okay, das hat schon mal nichts gebracht, unsere Aktion vom letzten Mal. Schade. Aber der scheint... Ach, der frisst uns gar nicht, sondern der krabbelt hier lang. Ach, vielleicht war das auch eine Fehlinterpretation. Vielleicht muss ich denen hinterher. Ach, bin ich blöd. Okay. Runter her. springen. Oh nein, der kann springen jetzt. Okay. Ich befürchte... Ich werde mal springen auswählen. Ich befürchte... Oh, was kommt da denn? Ich brauche jetzt wahrscheinlich irgendeine Springfähigkeit. Ach, da hinten sieht es da so aus, ob ich das da brauche. Oh ja. Ich... Jetzt ist weg. Ja, das ging ja relativ einfach. Ich probiere das mal aus. Mal gucken. Ja. Okay. Das... Ist so. Wahrscheinlich töte ich mich jetzt hier wieder beim... Der Sprung nicht passt. Aber hat gepasst. Komm ich da hin? Oh, ne. Ich muss weg. 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 Der ist runtergefallen. Ich gehe kaputt. Komm. Hoch. Oh nein. Okay. War das ein Spinner oder so? Ne. Nicht kämpfen. Ähm. Zwei Schuss haben wir noch. Na gut. Ganz schön hässlich, das Vieh. Ah, das war ein Treffer. Okay. Komm her. Ich hoffe, zwei reichen. Okay, das hat gereicht. Okay. Ja, liebe Leute. Ich denke mal, ihr wundert euch jetzt, warum ich einen Headset auf dem Kopf habe und warum ich anders aussehe. Denn, naja, vielleicht musste ich den Stream bis letzte Mal unterbrechen. Zwei Uhr in der Nacht war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Da kann auch mal der Sohnemann wach werden. Ja. Ähm. Wir können ja jetzt springen und deswegen hoffen wir, dass es kein Jumpen ran wird. Und, äh, schauen einfach mal weiter. Auf geht's. Letztes Mal haben wir ja die Spinne erschossen noch. So. Hm, okay. Sieht mir schwer danach aus, jetzt wird es doch ein Jumpen ran und wir müssen, glaube ich, diesen Vogel erschießen oder was das da ist. Okay, das machen wir einfach mal. Zack. Besten Das Gewehr. Obwohl Gewehr, vielleicht. Naja, wir probieren es mal. So. Ich bin mal gespannt, ob wir den Treffen. Okay, kein Ton mehr. Treffer. Okay. Wie immer, zwei. Jetzt versuchen wir hier mal. Und drüpp. Es klappt. Okay. Oh, oh. Ach, man ist nicht tot. Oh, man, Dorf jetzt. Oh, was ist das denn? Ach, jetzt bin ich hier. Hier hoch irgendwie? Ja. Na. Okay. Okay. Ah. Okay. Okay. Dann verschießen wir lieber nochmal den Vogel ab. Alles klar. Also, den hier erschießen und versuchen, dich runterzufallen. Und es wird doch ein Jumpen ran. Juhu. So. Aber können wir eins probieren. Wir haben ja noch dieses kleine... ...die so... ...den Revolver. Mal gucken, wie effektiv der ist. Okay. Nicht effektiv, der vorbeischießt. Oh, wie schießt denn der? Ob ich auch einfach rüberspringen kann? Hm. Oh. Okay, einmal getroffen. Schauen wir mal, ob der beim zweiten auch kaputt geht. Wenn... Oh, ich befürchte, ich habe keine Munition mehr für das Ding. Okay. Wir können ja mal versuchen, einfach so zu springen. Mal sehen, was passiert. So. Okay. Äh, naja, wo wir sind aber noch nicht tot. Oh, je, je, je. Oh, je, je, je. Hm. Wie viel haben wir jetzt? 16. Oh, ja. Wo mal hin? Wie viel hat man denn vorher? Ich glaube, ich... Ich werde mal speichern. Ah, ich habe nur ein Leben verballert. Oh, ja, gut. Na dann, auf. Gut. Okay, weiter. Ganz schön groß, was hier unten drin ist. Oh, verschiedene Gänge. Guck mal hier runter. Oh, was ist das? Äh, äh, Spinne. Sieht mir irgendwie nicht so geil aus. Aber es ging noch in eine andere... Oh, ne. Oh, geh weg. Ey, das geht nicht kaputt. Geh weg. Sag mal. Ich kann nicht auf die schießen. Oh, ne. Okay. Gut, also da gehen wir nicht hin. Okay. Wir könnten mal eins machen. Wir können versuchen, an der vorbeizusch... rennen. Da war irgendwo, wo man mal hinrennen konnte. Ne, da ist nix. Kann man da vielleicht reinspringen? Okay. Gut. Okay. Also, da haben wir nix verpasst. Da ist nix. Nur ne Spinne. Die man nicht erschießen kann. Okay. Oh je. Oh, ein Schwert, was man ziehen können oder so. Oder was dort zumindest irgendwie steckt. Kann man das? Ich hoffe, das fällt nicht runter. Oh, was ist das? Ist das nach oben? Oh, das ist aber schlecht zu sehen. Oh ja, das geht hier nach oben. Okay. Da ist noch irgendein Schwert. Und da hinten ist ne Kiste. Warum müsste ich zu der Kiste? Geh weg. Geh weg. Was macht das? Hier kommt mal runter, oder? Vielleicht hilft das Schwert ja den Weg. Oh, wie sieht Holzer aus. Aber okay. Boah, das Flussmuster. Komm her. Okay. Ach, ich muss gar nicht springen. Okay. Okay, okay. So, das Hammer. Oh, ey, bei denen. Ich hab immer noch die Angst, dass das hier runterfällt. Aber scheint zu gehen. Okay. Ne, geht. So, Kiste. Abgesperrt. Wir haben noch einen Schlüssel. Wo ist denn der? Da. Na ja, Holzsonne. Das könnte passen. Und das passt. Yes. Okay. Ein Edelstein. Nehme mal mit. Ein Buch. Okay, hoffen wir, dass das nicht wieder abstürzt. Hier speichern wir. Memoiren eines Verdammten. Es ist Zeit, die Maske zu lüften. Du, der du dieses Manuskript gefunden hast, wisse, ich bin hier bei dir. Ich wache im dunklen Schatten meiner Gruft. Als gehörst du mir. Einer meiner Slaven hat dies niedergeschrieben. Ich lebe seit 300 Jahren. Mein Name ist Ezechiel Prext oder Elia Pickford. Ganz wie du willst. Ich verstecke mich nicht aus Furcht. Meine Macht ist gänzenlos. Ich habe die sieben Meere besiedelt. Die Astarte, mein Schiff, verbreitete Schrecken auf allen Kontinenten. Die Brüder von der Küste wollten mich hinrichten, aber es gelang ihnen nicht besser als den Richtern in Wales 1620. Jetzt kann ich mich nicht mehr rühren. Verfluchte Yankees. Hexerei, Voodoo, Cthulhus Kult sind mir kein Geheimnis. Ich habe geherrscht, habe die Steine erweicht. Nur Cthulhu, der in dem Grotten haust, widersteht mir. Er wagt es aber nicht, sich mit mir anzukriegen. Ich brauche einen Menschen, um mich zu ernottern. Die Hardwoods sind mir entkommen. Du, der dies hier liest, du fällst mir anheim. Ich kann deinen Atem fühlen und deine Angst. Ich habe den Tod besiegt und der Keto erbaut. Ich kenne die Pein des langen Wartens. Cthulhu steht mir zur Seite. Meine Diener werden dich auf den Opferstein legen. Mein wilder Schreit wird durch die Nacht dringen. Du wirst mein sein. Und ich werde wieder herrschen. Ich warte. Okay. Gut, den Opferstein haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, wenn wir besiegt werden. Da wurde mal draufgelegt. Das muss dann da irgendwo sein. 300 Jahre. Ja, so ein alter ist das bestimmt nicht, weil der ist noch älter. Mal gucken. Okay, ist es nicht abgestürzt, das ist schon mal gut. Dann gucken wir mal weiter. Achso, warte mal, was hat man noch so ein Anhänger, ne? Edelstein werfen. Ne. Schlüssel für Schatztrohr. Okay. Kann man wahrscheinlich, naja, bitte können wir hier ablegen, ne? Nicht, dass man wieder Probleme hat. Nicht genug Platz. Ach, naja, oder auch später. Geht's hier irgendwie weiter? Ne. Schieben. Schieben könnte man. Ah. Okay. Bin ich öfter oben. Oh, nicht weh'n da. Ne, Kamera ist okay. Hm. Okay, ich glaube, ich sollte speichern. Ist zwar nicht weit, aber... Man weiß ja nie... Oh, ist da nix weiter? Ne, nix weiter. Schieben vielleicht? Oder suchen, suchen. Lass uns was suchen. Hier gibt's ein Mechanismus. Äh, wo ist der Edelstein? Nicht genug Platz. Okay. Na gut. Ah, dunkel. Ach, scheiße. Scheiße, nur noch zwei. Okay. Oh, ne. Okay. Na gut, wir haben grad die speichert. Sollten wir uns mal ein bisschen beeilen. Die Lampe geht aus. Oh, ich hab's hier da... Ne. Geht's da lang? Nein. Da muss es wie immer kein altes Spiel ohne... ein Labyrinth. So. Ne. Ich befürchte, ich muss mich beeilen, wenn meine Lampe gleich ausgeht. Ich Pech hab. Wenn ich Pech hab, hab ich nix zum Nachfüllen. Wo ich einmal was erfunden hab, glaub ich. Da, in der Bank? Darunter? Ja. 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 Oh, ich hoffe, ihr müsst ja nicht kartografieren oder sowas. Warte, was ist da? Was ist das denn? Geht's da runter? Ne, ne? Ne. Ah, Mauer. Mann. Ah, da geht's weiter. Sieht aus wie nur Tür oder so, ne? Ne. Ah, da geht's da runter. 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 ich glaube ich habe mich verlaufen ich habe alle alten bücher abgelegt ich glaube in einem buch hatte ich glaube was drin was könnte ein labyrinth gewesen sein auf jeden fall so grundrösen vielleicht war da auch was ich da nicht gerade schon ich glaube ich bin kreise rand das ist jetzt darunter nein nein so ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich könnte eigentlich auch mal einen Plattenstift holen und das aufzeichnen. Ich glaube, ich bin schon zu ziemlich überall herlang gerannt. War staunlich, wie lange die Lampe mit zwei Ladungen hält. Ich denke, das muss schon hier unten irgendwie lang gehen. Okay. Okay. Wo man sagen muss, das sieht aus, es würde da was reinpassen. Ah. Okay. 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 Das war doch... Okay. 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 Und jetzt habe ich da was gemacht. Aber was? Wo ist der? Kann ich den benutzen? Ja. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, das Gute ist, ich brauche die Lampe nicht mehr. Ich brauche die Lampe nicht mehr, ich habe sie voll. Hm. Doch eins ist passiert, dass der Baum nicht mehr schießt. Oh, oh nein, 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 nein. Geh weg. Oh, ein Leben. Ich geh kaputt. Okay. Fünf. So, wo ist die Waffe? Opfer Messer. Muss ich vielleicht das Opfer Messer irgendwie mit darin legen? Feuerzeug. Kann ich das Ding anzünden? Ich meine, es ist ein Baum. Türhaken. Was mache ich mit einem Türhaken? Hm. Kugeln, Revolver. Den Revolver nehmen wir erstmal. Wir gucken erstmal, ob wir das Vieh tot kriegen. Geh weg. So. Okay. Kann ich das Ding irgendwie... Nee, das ist ja... Das kommt schon wieder an, ne? Da. Das habe ich schon benutzt. Das nicht. Das... Vielleicht kann ich das irgendwie werfen oder so? Weil direkt rankomme ich glaube ich nicht, oder? Nee. Oh nee. Geh weg. Hm. Hm. Das Feuerzeug. Nee, das Feuerzeug. Da kriege ich gleich die... ...Dings. Betro im Lampenhand. Benutzen. Nachladen. Werfen. Absetzen. Wesen der Nacht. Hm. Okay, hat geklonkt. Nee, das haben wir schon benutzt. Das wird es nicht sein. Quatsch. Warum ist das Vieh eigentlich gerade weggegangen? Ist ja komisch. Ja, die können wir erstmal benutzen zum Nachladen. Ach komm. Theoretisch brauchen wir sie nicht mehr. Hm. Passiert nix. Patronium Lampenheim. Hm. Ich bin überfragt. Tja. Ich bin überfragt. Ach, die brennt nicht. Ja, dann machen wir sie wieder an. Und dann schmeißen wir sie nochmal mal gucken, was dann passiert. Ähm. Benutz. Betrömung und bebrennt. Okay. Jetzt brauchen wir nochmal die Knarre. Hm. Hier für den sind wir gerne mal drei. Oh ja. Mut zum Risiko. Äh. Revolver. Ach, die geht aus. Wahrscheinlich geht das gar nicht. Schrotten nehmen. Ich kann hier alles werfen. Geil. So. Ich glaube wir müssen erstmal... Ja, ja, ja. Geh weg. Ach, Mist. Okay. Das war eine Idee, aber... Alles klar. Die Petroleum Lampen geht aus, wenn ich hier runterspringe. Und das blöde Vieh bleibt nicht lange tot. Das ist ein Baum. Das geht bestimmt. Kann ich das Ding nochmal nehmen? Oder ich muss das... Jetzt brennt sie. Ah. Okay. Probieren wir nochmal. Oh nein. Gut. Wir müssen das Ding erstmal töten. So. Der... Ach, man. Ich hab's nicht in der Hand. Hm. 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 So. Ich brauche noch drei. Okay. Also, probieren wir nochmal. Wo ist die Lampe? So. Irgendwas muss man doch machen mit dem Ding. Hm. Hat der was gemacht? Quatsch. Ich will ja werfen. Ah. Sag doch, das ist ein blöder Baum. Okay. Nu. Ah. Es fällt auseinander. Oh, hoffentlich geht das nicht auf Zeit. Aber jetzt kann ich hier raus, ne? Aber wir haben keine Schlüssel bekommen. Das ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht hat sich ja oben noch was geändert. Oh, hier ist es. Oh, hier ist es. Oh, hier ist es zu jetzt, hä? Oh, hier ist es zu jetzt. Diese Perspektive macht mich fertig. Okay, es war ein Perspektivenproblem. So, jetzt sind wir hier. So. Das Gute ist, die Gegner scheinen weg zu sein. Ich habe nämlich nur unglaubliche drei Energie. So. Oh oh. Da wollte ich auch erstmal drunter fallen. Ich gehe kaputt. Okay. So viel zu drei Energie. Zwei Energie. Okay. So, da hoch. Oh ne. Ah, dann war das doch das, was ich vorhin vermutet habe. Die zeigen... Die Säbel zeigen den Weg an. Oh ne, nicht schon wieder. So, okay. Ähm... Bin ich vorhin da hinten dann? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ich bin hier lang, ne? Ja. Bin ich. Und dann hier hinten. Genau, so. Oh, hoffentlich ist der Scheißbohm nicht da. So. Nicht zur Spinne. Das ist ein Gespringer. Das ist top. Das ist top. Das ist top. Das ist top. Oh, muss ich überhaupt springen? Wenn ich runterfalle, komme ich doch eigentlich... Das mache ich. Ah, aber es ist ja ganz gut, dass ich vorhin mal runtergefallen bin. Komm. Ich kann ja nicht rennen. So, Leute. Und ich glaube, wir haben das Spiel so ziemlich durch. Obwohl ich noch zwei Türen habe, die ich nicht reinkomme, komischerweise. Würde ich behaupten, dass ich jetzt auch nicht mehr wüsste, wo ich hin muss. Äh, da hinten muss ich hin. Ja. Na gut, vielleicht komme ich ja jetzt in diese Türen rein. Wir speichern mal. Äh, genau. Nenn mal das mal. Ich denke, das ist das Ende. Oder Ausgang. Mal gucken. Bei dem richtigen Weg kann ich nicht zurück. Ich muss irgendwie diesen Weg... Ne, das war's nicht. Den ich das letzte Mal aus Versehen gegangen bin. Bei diesem Wurm finden. Der im Keller endet. Weil die Treppe ist ja kaputt. Also die Treppe, die... Die... Die Brücke. Ich glaube, das war da oben, ne? Aber der Wurm scheint nicht mehr da zu sein. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ne, doch, hier bin ich richtig. Okay. Hoffentlich sind die doofen... Rattenlichter. Die Ratten sind weg. Na komm. Rennen doch mal. Egal. Okay, hoch. Ist alles weg? Die Spinnen sind auch weg. Okay. Wo waren die Tür, die nicht aufging? Hier. Abgesperrt. Da brauchen wir noch keinen... Schlüssel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ich denke, dass jetzt alles weg ist, obwohl ich zwei Türen nicht aufkriege. Tja. Gucken wir mal. Das ist die Ausgangstür vielleicht. Hat mich ja sonst mal getötet. Okay, schon mal nicht tot. Was ist das irgendwie... Was ist das irgendwie... Sieht auch nach einer komischen Welt aus da drunten. Hm. Okay. Ach, ein neuer Tag. Ich glaube, wir haben das Spiel geschafft. Ja, ich würde sagen, das war Alone in the Dark. Leute, wenn ihr mal wisst, was hinter den zwei Türen ist, oder was ich machen muss, um dahinter zu kommen, sagt mir das bitte, weil ich habe keine Ahnung, wie ich die aufkriege. Und... Okay. Ich werde vom Skelett chauffiert. Auch gut. Ende. Ja. Das war Alone in the Dark. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das mit anderen Spielen auch machen soll. So ein bisschen Überlegung hatte ich vielleicht an Resident Evil Directus Cut. Wird der gut ins Thema passen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Auch wenn ich am Ende mehr geraten habe. Irgendwie. Aber naja, gehört irgendwie dazu. Ja, dann sage ich Tschüss für dieses Let's Play und wir sehen uns zum nächsten. Euer Camteman. Tschüss. Tschüss.